ja 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 ok hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge badwars auf meinem kanal lange lange ist es mal wieder her seitdem ich so ein video gemacht habe ja minecraft und nicht csgo oder sonstiges gibt einen grund und zwar ja habe ich die letzten tage mal wieder ein bisschen gestreamt ich kann jetzt wieder streamen und das ist natürlich auch eine sache die ich euch sagen möchte wie ihr dann erfahrt wann ich streame wie ich streame was ich streame werde ich euch dann jetzt auch in diesem video hier sagen aber erstmal holen wir uns jetzt den typen hier so ja genau wann werde ich streamen wie könnt ihr erfahren wie ich streame wann ich streame wo ich streame und vor allem auch was ich streame ich habe in den streams gemerkt dass nicht so viele zuschauer dabei waren wie manche leute für meine abozahl vermuten möchten was vollkommen normal ist da ich total inaktiv war und auch nicht mehr den content gebracht habe den leute von mir wünschen da ich den content bringen möchte der mir auch spaß macht da ich dann youtube einfach am authentischsten finde weil das ganze ding soll spaß machen und ich soll damit und ich will damit nicht nur auf geld gehen ich möchte einfach spaß dabei haben ich möchte euch auch spaß machen und ja wenn ich dabei keinen spaß habe merkt ihr es und es kommt auch nicht mehr so authentisch rüber und es wäre dafür verstellt und das möchte ich einfach nicht so trotzdem habe ich halt gemerkt dass nicht mehr so viele zuschauer dabei sind deswegen mache ich dieses video damit ihr halt einschaltet und auch wisst dass ich wieder live streame viele wissen es nichtmals deswegen aktiviert auf jeden fall mal die glocke vorsichtshalber damit ihr immer eine benachrichtigung bekommt wenn ich live streame damit ihr sofort dabei sein könnt wie das geht solltet ihr eigentlich wissen ansonsten einfach auf meinen kanal gehen und neben dem abonnieren button sollte da eine glocke sein dann einfach drauf klicken dann sollte sie aktiviert sein und ja ich werde hauptsächlich auf youtube stream das heißt kein twitch oder sonstiges ich habe mal so ein bisschen rum gefragt und die meisten meinten youtube auch wenn twitch vielleicht eine angenehmere streaming umgebung bietet werde ich dann auf youtube weiterhin streamen streamen werde ich verschiedenster spiele die worauf ich gerade bock habe und ja wird minecraft sein wird csgo sein wird vielleicht auch mal keine ahnung star wars battlefront 2 sein oder sowas alles so spiele die ich in letzter zeit immer mal wieder spiele von daher ist das alles möglich und ja macht euch auf solche streams dann halt gefasst und rechnet damit dass ich nicht nur minecraft spiele aber ich werde auch minecraft spielen haben sich einige leute gewünscht dementsprechend werde ich das dann auch machen und ja ich habe wieder ein bisschen spaß daran gefunden ich spiele kein cw oder sonstiges ich spiele rein normal minecraft irgendwelche modi auf gomme oder eins gegen eins auf timolia oder sonstiges deswegen nicht wundern ich mache jetzt keinen cw bw comeback oder sonstiges äh ich spiele einfach nur so wirklich nur auf spaß ich schwitze nicht rein oder sonstwas äh ja ich habe einfach nur spaß am spiel ähm ja wann werde ich so streamen das wird natürlich am wochenende sein hauptsächlich an freien tagen äh meist eher in den mittagszeiten also ab so 13 14 15 uhr am wochenende wenn ich mal richtig bock habe und richtig motiviert bin auch natürlich mal eher ähm unter der woche eher wahrscheinlich selten also das heißt selten also weniger als am wochenende natürlich und auch kürzer und nicht so lang ähm wird meistens eher montags mittwochs oder freitags sein da ich dienstags und sonnstags training habe und lange schule habe von daher schneidet sich das da so ein bisschen und da wird dann streamen eher ja ich sag mal unmöglich jetzt habe ich mich verkauft und will dieses ganze eisen jetzt auch nicht komplett racen deswegen porte ich mich mal weil hochkommen tue ich jetzt eh nicht ähm ähm ja äh desweiteren falls ihr auch noch interesse habt auf anderen plattformen werde ich natürlich auch posten wenn ich streame twitter, insta sollte da standard sein bei mir ähm von daher einfach mal auch da rein folgen links findet ihr in der beschreibung wie immer und ja dann solltet ihr eigentlich gut vorbereitet sein auf die ganzen streams von mir ähm ja jetzt müsste ich nur noch die runde hier gewinnen sollte aber auch kein problem sein auch wenn er gold hat äh der typ der rennt gerade komplett außen rum wahrscheinlich wird er auch mal ein bett bekommen aber dafür snaggle ich mir meins oh er rennt nicht außen rum interessant sehr sehr interessant ja wenn der kein 13 hat ja aber klar nachher kommt wieder so eine nachricht wie sorry weil ich mich frage warum man sich entschuldigt wenn man weiß dass es scheiße ist aber naja ach komm dude bau weiter bau weiter bau 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 g k g Ja, der Typ, der wird komplett Aids spielen. Äh. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Weil meine Kaufkünste natürlich auch nicht mehr so gut sind. Scheiße! Wenn ich auch noch Brain-AvK bin. Ach komm, Bro! So, ciao, Bro. Ach, fast tower ich mich da hoch. Ah, er liebt. Okay. Würde ich nach so einer Combo auch tun. Ja, äh. So viel dazu zu den Streams. Und wie gesagt, schaltet ein, macht die Glocke rein. Ab und an werden nochmal Videos kommen. Da aber auch komplett gemischt. Mal Minecraft, mal CSGO. Vielleicht auch mal was komplett anderes. Ja, ich weiß, wird nicht viele Aufrufe geben. Viele von euch werden es auch nicht so feiern. Aber ich mach das, worauf ich Spaß hab. Und das werde ich auch so durchziehen. Ich hoffe, meine treuesten Follower werden trotzdem dabei sein. Trotzdem meine Videos halbwegs enjoyen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und euch noch einen schönen Abend. Tschö. Miru. Miru. Untertitelung des ZDF, 2020